Yo Leute, was geht ab? Ich befange die Schlange und heute spielen wir Rocket League und heute habe ich mir eine Challenge ausgedacht und die heutige Challenge lautet, ich darf gar keinen Boost verwenden, Leute. Also ich darf nicht boosten und eigentlich bei Rocket League ist Boost eigentlich einer der wichtigsten Sachen halt, weil man kann damit irgendwie so zu dem Ball hochfliegen, man kann schneller sein, man kann weiß was ich denn noch, weil das ist richtig wichtig. Okay, in 1 gegen 1 wird das ein bisschen zu schwierig, deswegen werden wir, ups, deswegen spielen wir in 2 gegen 2, deswegen, ja, und die Gegner sind auch schon richtig krass, glaube ich. Ja, ich, und ich wollte vorhin noch sagen, ich bin nicht der beste Spieler, von daher, ich glaube, das Beste wäre, wenn ich einfach am Tor ein bisschen schille, ne, aber jetzt nicht die ganze Zeit. Oh, was, was habe ich denn für ein Teammate? Okay, das wird easy ein Goal, 1-0. Dieser Goldie, der ist voll gut. Okay, nice. Ich habe 0 Punkte, ich habe den Ball noch gar nicht berührt. Leute, ich muss eh nicht nach rechts, um den Boost zu holen, ich brauche ja eh keinen Boost, ne. Komm, ein, ich wollte nur einen Ballkontakt. So schwer ist es doch nicht. Oh, das war knapp. Den hätte ich nicht halten können. Mann, okay, da war er leider nicht drin. Mann, ich wollte doch nur einen Ballkontakt. Ja, bitte. Mann, Alter, ich habe immer noch 0 Punkte. Oh mein Gott. Oh, das, ja, GG. Schade, schade. Ich habe immer noch 0 Punkte. Okay, ich würde zeigen, er geht drauf. Bitte, diesmal, diesmal, diesmal. Nope. Nope. Nein. Ich bin so lost. Ich bin so lost geworden. Bitte. Nein. Alter, die Stelle ist echt schwierig. Ja, er hat ein Tor geschossen. Weil der eine schreibt, nice, mate. Okay. Oh mein Gott. Ach so, stimmt. Am Anfang. Ja, ich habe zwei Punkte wenigstens. Okay. Zwei Punkte wenigstens. Das ist schon mal gut. Boah. Boah, die alle denken locker, ich wäre so der richtige Noob. Ich bin auch Noob, aber... Ja, aber nicht so schlecht halb, ne? Ich würde so gerne boosten. Aber wenn ich booste, dann muss ich dann direkt verlassen. Loil, mein Maid hat verlassen. Ja, da habe ich keine Chance. Nein, ich wurde gebombt. Ich wurde zerstört einfach. So. Nein, Alter, das ist so schwierig. Was soll ich denn sonst machen? Okay. Gut gesaved. Nice. Tschüss. So. Schön. Nach da hinten. Okay, das war ein bisschen strange. Und... Okay. Lol. Was war das denn für ein Schuss? Ja. Konnte ich auch nicht so viel machen. Das ist so... Wir chillen mal ein bisschen. Oh, das kann ein Tor sein. Ah, schade. Nein. Dieser Schuss war ja komplett lost. Selbst ein neuer Teammate hat mehr Punkte. Okay. Ja. Das war so schlecht gemacht von mir. Okay. Keine Ahnung, was das war. Da kann ich ihn treffen. Ja, wieder ein Ballkontakt. Ich freue mich irgendwie bei jedem Ballkontakt bei dieser Challenge. Keine Ahnung, das ist halt so. Oh, nein. Loi, ich würde hier so sozusagen einen Eigengall einfach machen. Nein. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ob der Teammate jetzt schuld war. Ja, der hat eine Flanke gemacht. Das war jetzt nicht so schlau für ihn. Oh, das war schlau von mir. Okay. Nice. Der Ball. Ja, der macht eine Flanke. Nein. Ich habe einen Augengall vielleicht gemacht. Warte mal. Okay. Ich glaube, das war ein Augengall. Okay, er schießt. Nice. Oops. Okay, 6 zu 1. Schade. Ah, schade. Okay, das war das erste Spiel, ne? Wir haben verloren. Was hätte man denn sonst erwartet? Ich bin ja eh... Das wäre ja sozusagen nur ein 2 gegen 1, weil... Ich kann ja eigentlich fast gar nichts machen, ne? Ach, dann spielen wir weiter mit diesem Fire... Sesame oder wer auch immer der heißt. So, jetzt sind wir hier im Spiel. Och, ne. Es lag jetzt komplett gleich. Ah, okay. Spiel abgebrochen. Nicht genügend Spieler. Okay, ich glaube, wir spielen mal weiter. Werden einfach gar keinen als Gegner. Okay, wir spielen wieder Utopia. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt nicht die besten Spieler jetzt am Start. Das sind locker alle PS4-Spieler, weil da steht ja dieses PS... Also, Tionic-Magnet. Nein! Der ist auf K. Ich hätte easy ein Goal machen können. Oh, oh. Ich könnte den allen einfach den Boost lassen, ne? Okay, keine Ahnung, was das fehlt. Okay, das ist echt schade, dass sein Team-Man jetzt offline ist. Also, auf K. Nein! Ich hätte fast ein Tor schießen können. Für dich? Was macht der Team-Mate? Der Gegner ist doch nicht rangegangen. Okay, der hat einen neuen Mate bekommen. Ne, ne, das ist wieder sein alter Mate. Er konnte irgendwie jollen. Schade. Keine Ahnung, was das jetzt wird. Okay, Fire. Keine Ahnung, was das... Ja, er könnte eine Flanke... Ja, okay, die war nicht gut. Okay. So. Ja. Oh mein Gott, der hat irgendwie gesaved, glaubt. Okay. Das war knapp wieder. Ups. Voll daneben. Hey, was machen die da? Sie schießen die ganze Zeit daneben. Okay. Oh, ich würde so gerne boosten. Der eine wollte mich gerade, glaube ich, killen. Okay, nice. So. Okay, gut. Gut. Nein. Alter, also. Drück doch mal ein Auge zu. Ach nee, jetzt haben die einen Goal gemacht. Okay, der eine brauchte Boost. Ja, ich brauch die ganze Zeit Boost. Ja, schade. Oh, nee. Der wäre eh nicht. Oh, das war knapp. Ja. Okay. Lol. Es lag komplett. Der hat mein Ping. Lol. Okay. Ja, diesmal haben wir mehr Punkte als letzte Runde. Schade. Mit Boost hätte ich es locker geschafft. Ja. Nice. Feier hat ein Goal gemacht. Wie ich den Ball noch irgendwie versuchen wollte, wieder reinzuschießen. Okay. Nice. Guter Schuss. Ja. Okay. Der macht eine Flanke, glaube ich. Schön gesaved. Oh, ich dachte schon, da wird schießen. Deswegen. Schade, wieder ein Schuss. Schade. Nein. Ah, das war meine Schuss. Sorry. Ja. Okay. Zum Glück habe ich keinen Toxic Player, der direkt lief. Für dich. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht sehen, dass er schießt. Okay, jetzt hätte ich den schießen können, aber der hat den mir einfach geklaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ehrenmann, dass du den nicht reingemacht hast und ich ihn noch safen konnte. Schade. Schade. Der kann jetzt Tor reinrollen. Nein. Und? Schade. Der kann jetzt Tor reinrollen. Ah, Gigi. Hat Spaß gemacht. Ups. Hat mich vertippt. Äh, ja. Ähm, ja. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann erstmal eine positive Bewertung da. Schreibt mir in den Kommentaren, was ich gut und schlecht gemacht habe. Und teilt es euren Freunden. Und ja. Ciao. Leute. Ciao. 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 Ciao.